Hey Leute, hier ist er wieder, euer Mr. Macaulay und heute mal mit einem ganz anderen Anliegen als sonst. Ihr wollt wissen, wie man über Nacht ohne was zu tun Millionen von Coins macht? Ich verrate es euch. Es geht nämlich gar nicht. Nein, und wenn ihr nicht aufpasst, sieht euer Kontostand ganz schnell so aus. Und damit euch das nicht passiert, müsst ihr vier einfache Regeln beachten. Beginnen wir einfach mit Szenario 1. Es gibt Milliarden von YouTube-Videos und bestimmt über Millionen allein zu FIFA Ultimate Team. Und von diesen Millionen versprechen euch einige tausende Coins über Nacht zu machen oder ohne viel Aufwand Coins zu bekommen. Vertraut keinem dieser Videos. Oft müsst ihr in der Beschreibung auf den Link klicken und es wird euch versprochen, da bekommt ihr eure Coins, da müsst ihr euch anmelden, da müsst ihr dies und das machen. Und auch wenn es um andere Sachen geht in den YouTube-Videos, niemand schenkt euch Coins. Bitte merkt euch das. Traut keinem dieser Videos. Denn wenn die Leute wirklich Wege wissen würden, wie man Coins macht, warum sollten sie sie euch verraten? Nein, sie wollen euch nur abzocken. Und was sagen wir dazu? Kommen wir nun zu Szenario 2. I can duplicate your players. Wie alt ist der Trick denn? Leute, aufwachen. Gehen wir mal von folgendem Szenario aus. Ihr seid auf der Straße, habt euch gerade einen neuen Fernseher gekauft und an der Ecke, es regnet, trefft ihr einen sehr zwielicht reinschauenden Mann mit Mütze, Hut, was weiß ich, Maske, Sonnenbrille und einem schönen langen Mantel. Er will anscheinend nicht erkannt werden. Und er flüstert euch ganz nett und hilft, er flüstert euch ganz nett zu. Hey, den neuen Fernseher, den du gekauft hast, ich kann ihn verdoppeln. Gib ihn mir und in zwei Tagen bringe ich dir zwei. Macht ihr das? Nein. Also, warum sollte jemand eure Spieler verdoppeln können? Es geht nicht. Bitte fallt nicht auf diesen Quatsch herein. Es geht nicht. Ihr Leute nutzen das online, also sie schreiben euch im Xbox Live oder im Playstation Network. Fallt nicht darauf rein. Gebt keine Spiele an irgendwelche Leute, die ihr nicht kennt. Definitiv nicht. Kommen wir nun zu Szenario Nummer 3. Fishing Links. Was sind Fishing Links? Viele von euch haben den Begriff sicherlich schon mal gehört, können aber eigentlich gar nichts damit anfangen, was das überhaupt sein soll. Fishing Links sind sogenannte Links, also Weiterleitungen auf Websites, die so aussehen, als würden sie von Original-Websites stammen, aber keine sind. Das heißt, oftmals in Livestreams, die aber euch immer beliebter werden oder auch in Foren oder Chats werden Links gepostet, wo dann steht, bitte bewertet mein Team. Und dann steht der Link www.ea.net oder was weiß ich. Fallt nicht auf so einen Quatsch herein und schon gar nicht. Meldet euch nirgendwo an. EA wird niemals eure Passworte und eure Benutzerdaten fragen, außer in der Web-App, nirgendwo anders. Ihr werdet niemals, um ein Team anschauen zu wollen oder so, werdet ihr niemals eure Daten angeben müssen. Fallt nicht auf diese Fishing Links herein. Klickt auf keine Links, die ihr nicht kennt, die von keiner Website stammen, die ihr schon mal besucht habt oder was weiß ich. Und bitte schaut euch die Links ganz genau an. Und kommen wir nun zu Szenario Nummer 4. Der gute und nette EA-Mitarbeiter meldet sich bei euch und hat zufälligerweise Coins zu verschenken. Moment, da solltet ihr hellhörig werden. Überlegen wir uns doch wieder mal ein Szenario aus dem wahren Leben. Ding-Dong! Hallo, sie haben etwas gewonnen. 1.000 Euro. Dafür müssen sie nur folgenden Vertrag unterschreiben und mit uns auf eine Bootsfahrt gehen. Sie müssen nichts kaufen oder Sonstiges. Einfach nur diesen Vertrag unterschreiben. Bitte unterschreiben sie diesen Vertrag. Jetzt. Sofort. Los. Unterschreiben. Leute, macht ihr sowas, wenn jemand bei euch klingelt und so einen Quatsch fragt? Kaffeefahrten oder sonst was? Das sind doch was für alte Menschen. Seid ihr alt? Nein. Und selbst wenn, fall doch nicht auf so einen Quatsch rein. Es wird sich kein EA-Mitarbeiter bei euch melden, der zufälligerweise Coins auf der Straße gefunden hat und sie euch schenken will, weil ihr so wundervolle FIFA-Spieler seid. Niemals. Es wird nicht passieren. Und gebt niemandem eure Login-Daten, damit er euch Coins auf euer Konto transferieren kann. Niemals. Verstanden? Verstanden. 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 Ansonsten. Verstanden. Verstanden. So, und weil ihr alle so wunderbar zugehört habt, verrate ich euch jetzt noch zwei Möglichkeiten, wie ihr wirklich an Coins kommen könnt, wo nichts schief laufen kann. Okay, fast nichts einer Ausnahme gibt es leider. Die werde ich auch gleich noch erwähnen. Aber wenn ihr euch daran haltet, dann passiert euch definitiv nichts und ihr behaltet zumindest eure Coins, die ihr jetzt schon habt. Und diese zwei Möglichkeiten sind offensichtlicher, als man denkt. Zum einen das Handeln. Ja, wer hätte es gedacht, mit Handeln können wir Coins verdienen. Mit Handeln meine ich natürlich nicht, dass ihr irgendjemanden verprügeln sollt. Also ihr sollt nicht auf der Straße handeln. Oder nicht mit kriminellen Sachen handeln. Waffen oder gar Frauen. Nein. Ihr sollt handeln mit Karten. Kauft sie billig, verkauft sie wieder teuer. Es gibt unzählige Tutorials hier auf YouTube und im Netz verbreitet. Und die zweite Methode ist bezahlen. Ja, wer keine Zeit hat zum Handeln oder wem das alles zu stressig ist. Oder wer es einfach nicht kann, dem wird nichts anderes übrig bleiben, als sich per Echtgeld Playstation Network Cards oder Microsoft Points zu kaufen und damit Packs zu ziehen und dadurch ein paar Coins zu verdienen. Die dritte Möglichkeit, die ich jetzt hier nicht extra nenne, ist natürlich das Spielen. Damit kann man auch Geld verdienen, beziehungsweise Coins in-game. Aber ich glaube, das ist so offensichtlich, dass es nicht extra erwähnt werden muss. Wobei, in FIFA 13 geht das besser als in allen anderen FIFA-Teilen zuvor. So, ich hoffe, meine kleine Erläuterung hier hat jetzt einigen geholfen oder zumindest wird in der Zukunft einigen helfen. Sicherlich war das vielen schon durchaus bekannt. Trotzdem ließ man immer wieder, dass Leute drauf reinfallen. Und ja, behaltet eure Coins, passt drauf auf und macht was Anständiges mit ihnen. Wir hören uns bald wieder. Euer Mr. McCauley. Bis bald. Tschau. Tschau. Ein Leben ist viel zu kurz. Und solange ich lebe, will ich Spannung haben. Ich fühle mich gesund und fit. Und ich freue mich.